Der Pastor trägt eine lange weiße Kutte und hat ein paar Flügel auf den Rücken geschnallt. Als er Maya sieht, zieht er an einer Schnur vor dem Bauch und winkt Maya mit den Flügeln zu. Sie winkt zurück und geht weiter. Ganz Wallebü scheint verrückt geworden zu sein. Maya steigt auf ihr Rad und strampelt zur Polizeistation. Was sagst du, Maya? fragt der Polizeiinspektor, als sie die Wache betritt. Randolf Larsson dreht sich vor einem Standspiegel hin und her. Er trägt eine weiße Paradeuniform mit Goldknöpfen. Ich glaube, der Modetrend des nächsten Jahres dreht sich um Ordnung und Disziplin, meint der Polizeiinspektor. Und was passt da besser als so eine elegante Uniform? Sitzt sie gut? Was denkst du? Maya will sagen, dass sie froh ist, wenn die Modetage endlich vorbei sind. Da fliegt die Tür zur Polizeistation auf. Jean-Pierre stürmt aufgebracht herein. Sie ist weg, ruft Jean-Pierre aufgewühlt. Maya und der Polizeiinspektor schauen den hysterischen Modeschöpfer verwundert an. Tränen laufen über seine Wangen. Wer ist weg? fragt der Polizeiinspektor. Hat jemand sie ihr abgegeben? Der Polizeiinspektor wiederholt seine Frage. Wer ist weg? Lulu, ruft Jean-Pierre. Lulu? fragt der Polizeiinspektor. Wer ist das? Ihre Frau? Jean-Pierre sieht den Polizeiinspektor von Vallebue voller Verachtung an. Meine Frau? Nein, Lulu ist meine Lebensgefährtin, meine Katze. Maya kratzt sich im Nacken. Der Mann mag seltsam sein, aber man sieht ihm seine Verzweiflung schon von Weitem an. Tut mir leid, sagt der Polizeiinspektor, stellt sich wieder vor den Spiegel und setzt die Polizeimütze auf. Die Polizei in Vallebue hat anderes zu tun, als nach entlaufenden Katzen zu suchen. Jean-Pierre sieht den Polizeiinspektor mit tränenfeuchten Augen an. Sie verstehe nicht, schluchzt er. Aber ich verstehe Sie, sagt Maya. Ich werde Ihnen helfen, Ihre Katze zu finden. Ich werde Ihnen helfen, Ihre Katze zu finden.